Für die Teilnahme am Studiengang benötigen Sie einen PC, Notebook oder Macintosh. Der Zugang ist auch über Tablets oder iPad möglich. Das gleiche gilt für Smartphones, iPhones. Sie benötigen einen Internetzugang mit einem einfachen DSL-Anschluss. Auch der mobile Zugang über Smartphones ist möglich. Gegebenenfalls benötigen Sie noch ein Headset für die Synchronseminare. Der Zugang zur Lernplattform ist mit den herkömmlichen Internetbrowsern möglich. Für Windows empfehlen wir Firefox, Internet Explorer oder Google Chrome. Für Macintosh den Safari-Browser. In den Synchronseminaren findet vor allem eine Sprachübertragung statt. Hierfür muss keine Software installiert werden. Macintosh-User benötigen auch hierfür lediglich den Safari-Browser. Windows-Nutzer benötigen hierfür das aktuelle Flash-Plugin, welches zum Beispiel auch zum Betrachten von YouTube-Videos verwendet wird. Für Tablets und Smartphones auf Android-Basis sowie für iPad und iPhone gibt es kostenlose Apps. So können Sie notfalls auch mobil an den Synchronseminaren teilnehmen. Beuge Beuge Bedürf Beuge 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 Beuge